Musik Ja! Utre Buenio! Tschüss, alttisch! Ja, knallig! Jo, Leute, was geht denn damit? Herzlich willkommen zu diesem Video auf unserem Kanal. Mit dabei ist Max, Moin, und Fabrizio, guten Tag! Jawolls! Wir werden heute ein bisschen Skywars spielen und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum, starten direkt in die Runden. Let's go! Jungs, siehst du nachher? Ich bin da. Ne, ne, du bist Isabella. Willst du dich da, bro? Ja, wie auch immer. Perlekt! Oh! Was kannst du doch an der Hose? Ja, natürlich! Zehner! Also, ich erkenn's an der Hose. Ich baue. Ja, bitte. Oh! Ich hab noch ein vier Großpanzer. Ja, würde ich mir nehmen. Wo bist du? Hier. Perlekt! Oh! No! No! Stark, Johannes! Oh nein. Oh nö. Um Gottes Willen, Johannes. Perfekt. Super Aufnahme. Oh Gott. hinter dem max kannst du ja sehr gut einer einer runter einer runter die sind echt scheiße alter holig nach hinter dir max und gegen die beiden kraft was verdient ich hatte noch viele herzen ja gut war gut achten hinter euch hinter euch einer runter nächster runter doch nicht ja gut sehr gut jungs hier ist hier heißt ich dachte es gibt nur ein fabrizio wie geht das denn geht so was überhaupt so leute wir sind der nächsten herrn angekommen es geht jetzt los weiter wie auch immer das ist aber irgendwie komplett trotzdem hier ist so eine unsichtbare ja super das weiß was sie ist natürlich weil ich das hier einmal bitte das bild von druck hier im land max ich höf dir was runter ok so tut schweizer koch was neben dir hin schweizer ich schau wieder das ist ein schwert junger stein schwert wir kämpfen fabrik sehr gut perfekt ganz wirklich abschauen wir sind es hier ganz lustig wichtig jungs so let's go wir sind angekommen in der vielleicht letzten runde mal schauen wie die jetzt hier läuft go ins gemetzel und ich sterbe direkt ja was ist mit ihm seid ihr tot ja hinter dir jetzt ich hab ja gar keine chance mit den alten fabrik wieder ich habe ich war ein großer fan von fabrik jungen verpiss dich du bist so ein knecht ne ne blau ist schon wieder in der mitte jungs was jungs ja der oh ja was oh mein gott das war ja perfekt drauf der mitte ja junge warum genau von der gefangen wiiiih xmo musik 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 nein was hast du gesagt was was das ist real das ist real was geht denn damit herzlichen willkommen zu einer runde battle mode zusammen mit ja ja alles klar musik 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 Untertitelung. BR 2018